Hallihallo und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal S4Fun. Ja, wir sind Pitty und das ist... Steven. Hallo, ich bin Steven. Hallo Steven. Hallo Pitty. Hallo Leute. Hallo Leute. Okay, wir fangen mal direkt an. Das ist auch gleichzeitig ein neues Kanal-Video über uns. Wir erzählen ein bisschen, basteln mal ein bisschen. Wir machen heute einen chilligen Samstag, Sonntag. Heute ist Sonntag. Genau. Sonnabend Sonntag, Samstag, Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Das ist Pitty. Das ist Steven. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Pitty. Was machen wir heute? Wir machen heute einen chilligen Sonntag, weil tatsächlich ich wurde geboostert und ich habe die Impfung nicht so gut vertragen wie vielleicht andere Leute. Das heißt, ich hatte Schüttelfrost. Warte, ich muss das kurz loswerden. Es ist, ja, es ist auch ein Selbsthilfekanal für mich selbst. Ja. Ich hatte extrem Schüttelfrost und ich feiere sowas. Ich finde sowas lustig, wenn ich mal krank bin. Ich bin sehr, sehr selten krank. Deswegen habe ich mir Chips genommen, also als ich Schüttelfrost hatte und das sah ungefähr so aus. Ich habe so gelacht. Dann hatte ich zwei Chips tatsächlich in der Hand und habe die in meiner Hand zerbröselt. Also, Mann, habe ich gefeiert. Man kann auch so mit einer Impfung umgehen. Also, ich, wie gesagt, ich bin selten krank. Für mich ist es ein komplett neues Erlebnis. Also, nicht ganz neu, aber ich finde Schüttelfrost lustig. Natürlich, wenn man im Bett liegt, bei einer Bettheizung. Die habe ich hier. Es ist deutlich angenehmer zu ertragen. Wollen wir loslegen? Ja, ich will das hier öffnen. Okay. Wir haben hier Glückskekse. Ich will den hier nehmen. Kann ich den behalten? Nein, das ist meine. Es ging letztes Mal auch schon schief. Da hattest du was Tolles und was Doofes. Bin ich gespannt. Dir ist schon klar, dass wir direkt zu Beginn die Dinger öffnen und dann überall krümelt es hier. Das ist keine gute Idee. Oh, ich habe es gut zerbröselt. So, wollen wir mal gucken. Was steht bei Steven drauf? Das bin ich. Das ist Steven. Hallo Leute. Das hatten wir schon. Okay, vielleicht setzt mein Fokus irgendwo mal ein. Sie meistern jede Situation. Okay, das finde ich gut. Ihr könnt es nicht lesen. Ihr müsst mir glauben. Warte mal. Nein, ich habe ja sowas wie ein Fokus hier drin. Sie meistern jede Situation. Yippie. Yay, und jetzt bin ich dran. Okay, wollen wir mal gucken. Was hat Pity drin? Spannung. Spannung. Okay. Oh, auf jeden Fall doll. Auf jeden Fall dicke Texte. Auf jeden Fall dicke Buchstaben. Jetzt habe ich es. So. Ich wusste ja, dass es kein schöner Tag wird. Und mit dir habe ich aber nicht gerechnet. Oh. Das ist gemein. Falls es Leute nicht wissen, ich habe einen schwarzen Teppich. Das macht sich richtig gut. Die Krümel sehe ich nie. Yippie. Yippie. Okay, wir legen los. Guck mal, ein Halskettchen. Wir machen das gleich ab, weil das klippert die ganze Zeit. Das ist einmal aus New York. Weil Pity und ich, wir waren 2013 in New York. Ja, es gibt sogar Bilder davon. Ja, es gibt sogar Bilder davon. Okay, ich nehme die jetzt mal ab. Okay, ich lege es mal ganz vorsichtig hier hinten hin. Ganz vorsichtig. Aber hier ist ganz vorsichtig. Guck mal, es sieht sogar super aus. Yay, ich verkaufe. Ich verkaufe es nicht. Was wollen wir, womit wollen wir anfangen? Wir machen wirklich nicht viel. Ich versuche auch das Video nicht lang zu machen. Also, ja, wir reden so ein bisschen rum, was auf diesem Kanal passieren wird. Ich hole nachher ein paar Dinge rein, die ich euch zeigen kann, was in den nächsten Wochen passiert. Yay, wird spannend. Wird wirklich spannend. Äh, ja, okay, wir fangen einfach mal an. Ich will den Spielewürfel anfangen. Okay, gut, dann sehen wir gleich, ob wir Batterien haben. Ich habe schon mal was rausgesucht. Das ist ein Spielewürfel, den habe ich tatsächlich für 1 Euro bei Macguides gekauft. Keine Werbung. Wartet, Vorsicht. Für alles in jemals in meinem Kanal besprochene Dinge, keine Werbung. Das ist nicht der Grund dieses Kanals. Wie kriege ich das hier auf? Ich will es nicht kaputt machen. Hm, ich muss es kaputt machen. Das ist aber schade. Schade. So, es ist ein Wuffel. Äh, wir drücken hier mal drauf. Okay, gibt es hier eine Anleitung dazu? Jetzt weiß ich, warum der 1 Euro gekostet hat. Also da steht drin, dass da 3x LR41er Batterien drin sind. Aber wie komme ich da an? Au, 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 au. Also Dinge runterwerfen, hat immer geholfen. Hörst du jetzt auch mal auf? Ihr seht es auch, oder? Ich seh es auch. Okay, jetzt hat es aufgehört. Jetzt sind die Blinkstau. Aber. Herzlich willkommen. Wie beglückt sich die Zugekauftest 1000? Dass der blinkt, ist völlig unwichtig. Ich dachte, der blinkt und das verändert das Spiel so ein bisschen. Aber nein, es ist einfach nur ein Wurfel, der blinkt, wenn ich ihn runterfallen lasse. Das heißt, wir finden den gut bei Nacht. Ja, das heißt, wir finden den gut bei Nacht. Okay, ja. Ja, das ist, das ist, das ist wohl wahr. Wohl wahr. Okay, gut. Dann, ja, was machen wir denn jetzt? Dann, wir spielen trotzdem das erste Spiel. Finde ich gut. Was ist das? Äh, wer jetzt erst der 100 Punkte erreicht hat. Wir machen 10. Wir machen 10, okay. Also. Irgendwas gibt gebrummt. Ist aber seltsam. Oh, hier hat doch noch was gebrummt. Ich was auch. Okay, das, das finde ich gut. Hör mal, Auge rein drücken. So. Irgendwo brummt was. Brumm, bumm, bumm, bumm. Ja, du warst das ganz sicher nicht. Ich war das Biet, bumm. Ich hab ein Handy verschluckt. Okay, stopp. Wir machen weiter. Stopp, wir machen weiter. Ja, 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 wir finden es lustig. Ich finde es lustig. Können wir jetzt weiter machen? Ja. So, äh, wie spielen wir jetzt am besten? Also, da fünfmal untereinander, notiert sich Wurfung, wuffelt ihr noch ein Eins, wären die Punkte der eigenen Runde ungültig. Ah, okay, 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 verstehe. Ich nicht. Pass auf. Okay, wir haben einmal so ein hübsches Dingchen. Yay. Das ist ein Dingchen. Wenn man's googeln will, gibt man Dingchen ein. Ja, man gibt Dingchen ein. So. Wir machen bis 20. Was hältst du denn davon? Gute Idee. Schreibt es auf. Okay, 20. Äh, wir wurfeln, was hältst du davon? Dreimal. Gute Idee. Dreimal ist gut. Okay, wir wurfeln dreimal. Ich schreibe mir das auf, bevor ich es wieder vergesse. Ähm, wenn eine Eins dabei ist, wird die ganze Runde, äh, Minus gemacht. Gute Idee. Okay, ansonsten Plus. Machen wir über 20? Ja, ist gut. Machen wir über 20. Also jeder, wer über 20 hat. Wer fängt an? Der, die die Wüsse feiert. Okay. Ich hab eine 6. Muss ich wurfeln? Ja, das wäre wohl besser. Du hast eine 3. Aber sie blinkt. Das heißt, es doppelt wert. Du hast eine 3. Ich fang an, dreimal wurfeln. Ich hab eine 2. Das schreibe ich mir ab. Wir machen mal zack, zack. Steven. Steven hat 2. Ich hab eine 5. Das kann man wahrscheinlich auch mit einem normalen Wurfel wurfeln. Genau. Und eine 6. Wow. Jetzt hast du aber ganz schön viele Punkte. Das ist wahr. Und ich hab eine 6. Das heißt, ich hab jetzt zusammengerechnet. Warte, ich hab's. Du hast 11. Nein, du hast mehr. Mehr als 11. Hab ich gerechnet. Gerade eben. Hast du gesehen? Kann ich jetzt auch rechnen? Okay. So. Ich hab nämlich 12, 13 Punkte. Siehe ich richtig so? Hab ich auch gemacht. So. Steven, 13 Punkte. Erste Runde. Dann machst du jetzt. Ich wuffel. Ich hab eine 6. Das ist ein 6. Das zählt als 6. Ja, das zählt als 6. Ich schreib dir doch direkt auf. 6. Du hast noch eine 6. 6. Und eine 4. 4. Wow, ich höre. Ja, das ist wahr. Keiner hat eine 1, weil sonst wären alle Runden ungültig. Und man wurfelt immer dreimal. Wenn eine 1 dabei ist, heißt das Minus. Ja, ja. Wir haben's kapiert. Okay. So. Das heißt 6, 6, 12 und... Na, plus 4? Sind 16. Genau. Uh. So. Ich hab eine 4. Warte, ich schreibe sie mal auf. 4. Ich hab eine 6. Und ich hab eine... Ich hab keine Ahnung. Hm. Also ich kann dich ja nicht leiden, aber ich würde sagen, es ist eine 6. Okay, danke schön. Soll ich nochmal wurfeln? Bist du schön über die... Ja, ja, waffen wir nochmal. Mach eine 1. Es ist eine 3. Eine 3. Okay, ich hab jetzt 4, 6 und 3. Das heißt, ich hab 13. Nochmal. Yay. Jetzt heißt es zusammengerechnet, ich habe 26. Zack. Kapiert? Ich ja. Dann würde ich sagen, dann bist du jetzt dran. Mal gucken, ob du jetzt vielleicht mehr Boot hast. Ich hab eine 6. Das ist gut. Ich hab noch eine 6. Ich hab nicht das Gefühl, dass du richtig gewurfelt hast, aber okay, ich schreibe es auf. Einmal hier. Zack. Ich hab noch eine blinkende 6. Okay, ja. Willst du rechnen? Oh ja, ich rechne. 6 plus 6 sind 12. Plus nochmal 6 sind 18. Ich hab 18. Okay. 18. Zack. Und 18 plus 16 sind 18. Ich hab keine Ahnung. 4. Ja, 4 weiß ich auch, aber du musst mir sagen, wie viel. Ich überlege. Okay. Über 30. Oh, dann schreibe ich die 3 schon mal hin. 34? Ja, es sind 34 Punkte. Zack. Und Pity hat jetzt auch wieder gewonnen. Yay. Mein Glückwunsch. Yay. Ich bin der Sieger. Von unserem ausgedachten Spiel. Naja, zumindest ist es abgewandelt. Ich dachte, das Blinken tatsächlich macht ein bisschen mehr. Aber okay, gut. Hätte jemand jetzt ein 1 gehabt, glücklichweise nicht, hätte der die Runde Minus bekommen. Ihr könnt das Spiel auch spielen. Da fehlt ein P. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Aber ich mach kein P. Ich mal einen kleinen P. So, ein P. Ein P. Ein P. Und zack. P. hat gewonnen. Deswegen freut er sich. Wollen wir mal zu dem kommen, was in diesen nächsten Monaten hier auf diesem Kanal passieren wird. Ich hab ja schon mein Mystery-Paket geöffnet und hab mich über die Sachen gefreut, die da drin waren. Und ich überrasche mich sehr, sehr gerne. Also hab ich mir von Konsolenkost, ich hab's falsch gemacht in die Kamera. Tada! Von Konsolenkost eine Kiste geholt. Komplett, also ohne Werbung, ich hab die komplett bezahlt. Also, whoops. Ich mag sowas nicht, wenn man sich sowas checken lässt und sagt, ja, ich bin YouTuber oder was weiß ich was. Oder Kooperation, wo ich mir denke, ich will ja selbst überrascht werden. Äh, da sind drin 5 Game Gear Spiele, 10 Nintendo DS Spiele, ich glaube 10 Wii Spiele, 10 DS Spiele, 5 3DS Spiele, 10 Game Gear Spiele, ich glaub das müsste es gewesen sein. Die werde ich am Wochenende öffnen. Also jedes Wochenende kommt in ein kleines Konsolenkost-Mistory-Video. Wie gesagt, nicht für Klicks oder sowas, ich bin selber gespannt. Ich hoffe auf Titel, die ich noch nicht habe und ich hoffe auf Titel, die sehr, wie soll ich sagen, nicht mainstreamig sind. Also einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, Bibi Boxberg, Hexenbesenrennen oder irgendwas Lustiges. Also, ich will da kein Zelda drin haben, weil Zelda hab ich ja schon. Also, umso unberühmter der Titel, umso besser ist es. Was zum Beispiel gut wäre, wäre für die Wii ein Englisch-Lernspiel, weil ich würde gerne Englisch mehr lernen. Und ich glaube, da wäre so ein Wii-Spiel echt gut. Das ist bestimmt nicht drin. Das glaube ich auch. Gut, also das wird jetzt die nächsten Wochen passieren. Also wenn ich mich besser fühle, auf jeden Fall. Yay, wie geht's dir so? Kann ich klagen. Warte, zittere ich. Okay, dann fangen wir mal weiter an. Finde ich gut. Fangen wir mal weiter an. Ihr redet im Telerium. Ja, okay. Also Fieberbahn. Fieberbahn. So. Wir bauen den hier. Nee, ich will einen Helikopter. Okay, wir bauen aus denen hier einen Helikopter. Das heißt, die Anleitung brauche ich nicht, ne? Nee, brauchst du nicht. Darf ich das Skateboard basteln? Ja, ich will das Skateboard haben und die Figur. Okay, Skateboard und Figur gehören dir. Yay. Yay. Nur mal so ganz nebenbei. Wir haben es jetzt 15 Uhr 44. Heute ist der 30. Der Erste. Äh, ich werde es wahrscheinlich nicht zu heutigen Schnitt kriegen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Yay. Ich bin bei YouTube nicht der Schnellste. Das muss man sagen. Also ich übe immer mehr. Also ich habe jetzt mir auch ein neues Schnittprogramm geholt. Und was soll ich sagen? Äh, es ist interessant. Es ist toll. Ich komme nicht mit klar. Das alte Schnittprogramm ist ständig abgestürzt. Ich dachte mir so, ja, holst du dir mal was Neues, ne? Ja, und das Neue, das ist die Shortcuts, die ich mir langsam eingeprägt habe. Die sind jetzt alle da hin. Hier, dein Fahrer. Yay, guck mal, wie er fährt. Ui, jetzt ist er umgefallen. Ich habe ihn, wow, hast du gesehen? Der hat voll den Move gemacht. Move. Pass auf ihn auf. Ich habe nichts gemacht. Ja, das, das, ich stelle ihn wieder hin. Aber der Versuch in alle Erde. Ehre. Erde, schon klar. So, ähm, weiter geht's. Ein Helikopter. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wichtig ist ja, wenn man Lego hat, einfach mal was anderes da ausbasteln. Ich möchte aber trotzdem die Räder ranmachen, weil irgendwie habe ich sie sonst übrig. Also wichtig, alle Teile verbauen und ein Helikopter draus werden lassen. Guter Plan. Ja, deine Idee. Meine Idee. Tada, das ist der beste Helikopter, den ich aus diesem Set basteln konnte. Äh, das ist, ich bin kein Mockbauer. Das fällt vielleicht leicht auf, aber tatsächlich habe ich Spaß dran. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, es, man kann bestimmt irgendwie aus den paar Teilen besser ein Helikopter basteln. Also ich gerade echt nicht. Und ich habe echt lange gebraucht. Also wichtig ist, alle Teile verwenden und ein Helikopter draus zu basteln. Aber tatsächlich, es funktioniert, ne? Also es ist ein kleiner Helikopter. Geto, wo ist das Helikopter? Er fliegt. Okay, ich nehme alles zurück. Er fliegt. Es ist ein Helikopter. So viel dazu. Was machen wir? Komm, wie wollen wir davon eins? Den verzweifelst du genauso wie beim Helikopter. Wenn das ein Helikopter ist, ist es kein Helikopter. Warte mal, ich mache den Autofokus weg. Wir machen nur eins davon. Yay, das ist besser so. Das ist wirklich besser so. So, mein Cuttermesser. Das ist ein Schroms hier. Ist es nicht. Das ist ein 1A Cuttermesser. Autsch, 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 Autsch. Am Kabel hängen geblieben. In ihr ist rausgezogen. Ein tolles Gefühl. Lustigerweise für, warte, 399. Ich habe das Schild weggeworfen, aber jetzt nochmal gelesen. Kriegt man eine lustige Metallbox mit ein lustiges Spielchen. Mit Metall. Yay, Metall, Metall. Ja, mindestens einmal zu viel Metall. Oh, warte, da ist die Lösung. Das, so, weg, weg damit. Zack, wir machen zwei davon, weil ich glaube, das kenne ich, das müsste ich rauskriegen. Das ist natürlich echt dämlich, das bei YouTube zu machen, weil ihr könnt es nicht nachmachen, außer ihr kauft euch auch sowas. Und diese Dinger sind lustig. Ist jetzt von Schmidt, keine Werbung, aber Metall, Knobelei, Duell. Oh, willst du auch mal? Nein. Also wichtig ist, die Dinger auseinander zu kriegen, ohne Gewalt. Und, tada, ich habe es geschafft. Yay. Äh, ja. Es ist tatsächlich, kriege ich das jetzt auch wieder Rückgängchen? Warte, warte, das war irgendwie, irgendwie so, so und der irgendwie da durch und dann doch nicht und dann wieder zurückdrehen und das ohne Gewalt. Und ich habe keine Ahnung und, aber ich habe es nicht bekommen. Da mag jetzt mehr Zufall drin sein, als man denkt. Aber, ja, okay, gut. Dem würde ich sagen noch eins. Ab jetzt kann es nur schief gehen. Das war, hier sind drei drin, das macht keinen Sinn. Hier sind auch drei drin. Nee, 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 nee. Also, also. Im Prinzip ist das bei den Zweiern, glaube ich, immer dasselbe Prinzip. Im Prinzip ist das dasselbe Prinzip, finde ich gut. Ach, halt auch die Klappe. So. Äh, zwei Triangel. Ich glaube, da war das mal so gut. Tatsächlich habe ich sowas schon. Ich habe es verbummelt, deswegen habe ich es mir nochmal gekauft. Yay. Woo. Die sind tatsächlich echt gut für die Hosentasche. Also, hier ist es. Die Lösung. Das wusste ich auch noch. Yay. Sollen wir irgendwas machen, wo wir kretzeln müssen? Komm, das sieht schwierig aus. Schwierig. Wie lange soll die Beschäftigung gehen? Also, ich bin... Gut, okay, bei diesen Dingern, wo drei drin sind, da würde ich jetzt auch versagen. Deswegen mache ich die jetzt nicht. Aber hier ist es ja eigentlich dasselbe Prinzip, ne? Also, glaube ich. Nee, doch nicht. Warte, 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 warte. Nee. Hier ist es ein anderes Prinzip. Oh, warte, nee. Gut. Jetzt muss ich wieder rückgängig machen. Und, bitte, wie geht es dir sonst? Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht viel zu tun. Also, ich will das nur rückgängig machen, dann machen wir was anderes. Gute Idee. Leiterspiel? Ja, ein Leiterspiel. Leiterspiele sind toll. Oh, ja. Okay, okay, gut. So. Du hast versagt. Hab ich nicht. Hast du wohl. Hab ich nicht. Okay, gut. Disney, 50 Spiele. Wir spielen jetzt 50 Spiele. Nein, wir spielen jetzt das Leiterspiel, haben wir gerade gesagt. Mir wurde gerade komisch, bei dieser Haltung. Ja, okay, gut. Oh, habe ich das schon mal ausgepackt? Ich glaube, wir haben irgendwas davon gebraucht. Wie kommen die Dinger bekannt vor? Ich glaube, ich habe die gebraucht. So. In irgendeinem Video haben wir schon mal irgendwas davon gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht das Leiterspiel gespielt. Ich glaube nicht. Also, es kommt dir nicht bekannt vor? Nee, es kommt mir nicht bekannt vor. Tada. Und wir machen es wieder so. Ich filme das von oben. Deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, wieder mitmachen. Ich habe jetzt keine verschiedenbar farbigen Wurfel. Also, ein MMV-U-D wird es nicht. Tatsächlich war das ein richtig tolles Prinzip von dem Kanal. Also, das wird auch wieder passieren. Die Videos sind deutlich aufwendiger. Mal gucken. Mal gucken. Also, ihr seht das Spielbrett. Ja, ihr seht's. Können wir schließen? Steven, kann man schließen? Okay, bei den Pedalen müssen wir irgendwas machen. Ja, das Pedal will ich nicht. Duhes Pedal. Böses Pedal. Nein, gutes Pedal. Halt durch. Hab's gerettet. Okay, ich setz mal den Fokus, damit man es lesen kann. Tada. Also, ich hoffe, ihr könnt es auch lesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und so geht es weiter. Yay. Yay. Wir werden die drei Wurfel würfeln. Pitti, welchen Würfel möchtest du? Kann ich das nicht sagen, wenn ich würfeln will? Okay, gut. Dann machen wir es so. Jeder kriegt erstmal eine Figur. Ich will blau. Okay. Gut, dass ihr blau bei ist. Hier, fang. Hey. Ich nehme, ich nehme rot. Tada. So. Blau und rot. Pitti ist blau. Hier, ich bin blau. Guck mal, hier ist sogar das Logo. Das Pitti ist auch blau. Man sieht es nicht. Oh nein. Man hat es gesehen. Alles gut. Okay. Wir legen einfach mal los. Ihr könnt mitmachen, indem ihr euch bei dem Spiel für ein Wurfel entscheidet. Ich werde alle drei Wurfeln. Ich werde mich vorher entscheiden und dann wird mich erstmal höchste Zahl. Warte, 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 warte. Ich habe die sechs. Guck mal, sieht man es? Ja, du hast die sechs. Gut. Ich möchte aber mit einem normalen Wurfel würfeln. Ich würfel mal mit dem hier. Ich habe die eins. Okay, du würfelst auf jeden Fall am Anfang. Kann ich den nochmal haben? Nein. Definitiv nein. Du entscheidest dich einfach für ein, zwei oder drei und ich würfel alle durch. Gute Idee. Ich nehme die Mitte. Okay. Ihr könnt euch jetzt auch dafür einen Wurfel entscheiden. Und was soll ich das auch machen? Dann machen wir es die mal gleichzeitig. Gute Idee. Mach mal. Okay, gut. Ich nehme links. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wenn wir ein kleines MMWD machen, dann machen wir es richtig. So. Jeder entscheidet sich vorher für einen Wurfel. Wupsala. Kommt. Nicht umwandern. Und dann legen wir los. Ihr könnt auch einen Wurfel nehmen, den wir auch nehmen. Nee, das machen wir so. Los geht's. Okay. Ich hoffe, das kann man ein Video erkennen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Okay. Fangen wir mal einfach mal an. Welche Farbe willst du? Ich habe gesagt, ich will die Mitte. Also weg mit deinen roten. Ja, okay. Gut, dann nehme ich links. So, zack. Ihr müsst euch jetzt auch entscheiden. Ihr könnt auch den nehmen, den wir auch nehmen. Und los geht's. Ich habe auf jeden Fall eine 2. Pity hat eine 5. Und wer auch immer den hatte, oder wer auch nicht, der hat eine 3. Okay. Wir fangen mal mit mir an. Warte mal. Bei 1 fangen wir an, würde ich sagen. Gute Idee. Gute Idee. 1 und 2. Dann Pity hat eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Man kann doch machen. 1 plus 5 sind 6. Ja. Und dann könnten wir auf 6 gehen. Ja. Machen wir nicht. Und vielleicht geht jemand auf die 3. Nee, das wäre ja denn hier. Okay. Da passiert nichts. Bei der 5 geht's nach oben. Ja. Ein Leiteranspiel. Ich würde sagen, weiter geht's. Weiter geht's. Ich nehme den rechten. Okay. Pity nimmt den rechten Wurfel. Dann nehme ich mal den in die Mitte. Und wir wurfeln wieder. 1, 4, 2. Ich habe den roten. 1, 2, 3, 4. Hab ich es richtig gemacht? Ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Ja. Okay. Du hast die 2. 1 und 2. Und ihr habt vielleicht die 1. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich nehme ganz links. Ich auch. Okay. Wir haben beide eine 5. Der in der Mitte hat eine 5. Und der ganz in der Mitte hat eine 6. Hm. Warte. Konzentration. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Hoppala. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter geht's. Weiter geht's. Entscheidet ihr euch für eine Wurfel. 1, 2 oder 3. Letzte Chance ist vorbei. Wir müssen es auch entscheiden. Gute Idee. Ich nehme die in die Mitte. Okay. Ich nehme die Mitte. 6. 6. Wow. Und eine 5. Ganz schön hoch. Ja. Das ist wohl wahr. Komm, wir nehmen mal deine zuerst. Du hast eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kaum zu erkennen. Ich habe eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo, Pitti. Hallo, Steven. Na ja. Wer will? Wo willst du hin? Ich will nach links. Okay. Bitte einmal nach links. Ich bleibe in der Mitte. Ach so, entscheidet euch. Wartet jetzt. Der ist gewuffelt. Der bleibt so. 3. Und eine 4. Okay. Wir legen mal mit dir los. Du hast eine 5. Ja, eine hohe Zahl. Eine hohe Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin enttäuscht. Ich habe eine 3. 1, 2, 3. Ui. So gemein. Muss ich direkt darauf drauf kommen, oder reicht es, wenn ich mehr habe? Nee, du musst darauf drauf kommen. Wärst du da gewesen, hätte es gereicht, wenn du da drüber kommst, oder? Ja. Okay, gut. Ich wollte es bloß feststellen. Schön, dass du ehrlich bist. Wo willst du welchen Wurfel? Ich will den hier. Okay. Pitti, nimm den Wurfel mit der... Ups. Und ich nehme den. Okay. Ihr müsst euch entscheiden. Los geht's. Ja. Wir haben's. Falls irgendjemand davon mitspielt. Ansonsten, wenn jemand das Video einfach so guckt, dann ist das auch okay. Jetzt machen wir ja doch ein M-M-V-U-D. M-M-V-U-D. Massive Multiplayer Offline Rollenspiel. Nein, wie war das? Massive Multiplayer Video On Demand. Ja, genau das. Irgendwie sowas. Ähm, ja. Oder Massive Multiplayer Video On Demand. Irgendwie sowas. Ähm, dann würde ich sagen, du hast blau, du hast ne 4. Ähm, du bist hier lang. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt bist du da, wo ich bin. Yay, ich bin auf 28. Und du hast eine? Eins. Das heißt, ich brauche eine 1, du brauchst eine 2. Yay. Und wir können nicht mehr zurück, ne? Das ist wahr. Also, ja, wir haben jetzt schon mal ziemlich gut vorgelegt. Haha. Haha. Okay, ich will die in der Mitte. Ich auch. Ui, das wird spannend, ne? Also, für mich wäre eine 1 gut, für dich eine 2. Uh, Spannung. Okay, ich wuffe den mal zuerst. Das ist eine 2. Das ist eine 1. Also, hätte sich jemand für den entschieden, wäre es schon cool. Okay, Spannung. Das ist eine 1. Ich habe gewonnen. Das ist so gemein. Tada. Willst du nochmal wuffeln? Ja, ich bin noch nicht im Ziel. Okay, welcher wuffe jetzt? Ich bleibe in der Mitte. Nein, 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 nein. Ich nehme den ganz linken da. Du, die 2 jetzt. Nein, 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 nein. Ich nehme die Mitte. Entscheiden Sie sich jetzt. Ich nehme die Mitte. Okay. Wir haben eine 6. Ich nehme eine 4. Und wir haben eine 1. Okay, entscheiden Sie sich jetzt. Ich nehme die Mitte. Okay. Mutig, aber okay. Leute, entscheidet euch. Ui, Spannung. Kann man es noch lesen? Sorry. Ich glaube, wir lenken auch zu viel ab. Das ist nicht gut. Ah, das ist eine 6. Du hast gar nicht richtig gewuffelt. Habe ich. Volle Kanne. Ich will da, wo die 3 ist. Okay, da, wo die 3 ist. Hoppala. Wir dürfen nicht vergessen, die anderen müssen auch noch setzen. Also, falls jemand wirklich mitspielt. Ich habe keine Ahnung. Okay, entscheide dich jetzt. Ich habe das schon. Okay, gut. Entscheide euch. Sie haben schon. Okay, dann wuffe ich jetzt. Okay. Wir haben eine 1. Wir haben eine 2. Oh, guck mal. Wer bist du bloß in der Mitte gewesen? Oh, das ist so schlimm. Oh, und eine 2. Wui, das ist so cool. 1 und 2. Bitte ist weiter. Nee, ich bin zweiter. Hallo Leute. Oder ihr seid Erster. Das kann auch sein, dass ihr schon längst im Ziel seid. Wollen wir noch mal einen Wurfel? Ja, einmal noch. Einmal können sie nachziehen. Okay. Entscheide euch für eine Wurfel. Komm. Ihr könnt sogar den nehmen. Alle würden den nehmen. Okay. Und alles geht los. Achso, ihr müsst das Spielbrett. Ich hole das Spielbrett. Warte, gleich wieder zurück. Warte, warte, das ist doch doof. So. Hier haben wir eine 3. Hier haben wir eine 2. Hier haben wir eine 4. Und hier haben wir eine 6. Vielleicht ist jetzt jemand hier. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Guti. Dann würde ich sagen, packen wir wieder zusammen. Hat man es gelingt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also dafür, dass es eigentlich ein Mini-Video zum Wochenende sein soll, geht es jetzt schon viel zu lang. Wir hatten auch einfach zu viel auf dem Tisch. Das ist wahr. Du hast für diesen Take ganz schön lange gebraucht. Ist gar nicht wahr. Okay. Okay, aber ich würde sagen, das war es dann tatsächlich. Yay, yay. Oh. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Es sind über 40 Minuten. Yay, das geht eigentlich. Ja, das heißt, für 10 Minuten Schnitt brauche ich circa eine halbe Stunde. Das heißt, ja. Die nächsten 2 Stunden bin ich gut beschäftigt. Yay, Minimum. Minimum. Was nicht schlimm ist. Weil mir macht es ja Spaß. Ich lerne tatsächlich sehr, sehr viel beim Videoschnitt. Eigentlich wollte ich heute nur 2 Videos machen. Dann wird es knapp. Dann wird es knapp, weil ich muss morgen sehr früh raus. Yay, yay. Alles geht arbeiten. Schüttelfrost ist vorbei. Mir geht es wieder sehr, sehr gut. Corona-Tests. Ich mache sehr, sehr häufig, berufstechnisch sowieso. Muss ich. Arbeite mit viele, viele, viele Menschen. Viele, viele, viele Kollegen. Da mache ich ganz oft einen Corona-Test. Bisher ist der noch nie positiv ausgeschlagen. Ui, man habe ich Spaß mit einem Kugelschreiber. Das ist ganz offiziell kein Kugelschreiber. Doch, ist es. Warte, 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 warte. Guck mal. Schreib mal. Okay, ja. Er schreibt. Ui, habt ihr das gesehen? Ein Kugelschreiber. Hallo, Kugelschreiber. Ui, ui, ui. Ach, komm. Guti, soviel dazu. Vielleicht kommt heute noch ein zweites Video. Vielleicht kommt heute sogar das Video. Ich weiß nicht, ob ich es fertig geschnittkriege. Falls jemand bis hier durchgehalten hat. Erstens, warum? Warte, ich bin gleich fertig. Äh, nein. Nein, ich finde es richtig gut. Also wirklich. Ich freue mich über jeden, der durchguckt und der durchhält. Ihr habt mit uns gemeinsam Spaß. Genau, das ist der Plan. Genau, das ist der Plan. Du fuzzelst. Und schon wieder versagt das Pedal. Würdest du irgendwas sagen? Nein, okay, gut. Okay, Sprachtest Nummer 1. Hallo? Okay, das war der dritte Test. Ja, das war der dritte Test. Gut. Ja, irgendwie das Pedal will nicht. Ich glaube, ich werde da noch eine Menge umstöpseln müssen. Ist vielleicht auch nicht die beste Idee, wer bei uns sowas macht. Aber es ist die Idee, die uns gefällt. Ja, und wir sind für andere Ideen zu blöd. Das ist wahr. In der Nachbearbeitung habe ich das auch schon mal gemacht. Das funktioniert überhaupt nicht. Nee, außerdem habe ich da weniger Spaß. Das ist wahr. Guti, wollen wir noch irgendwas anderes Lustiges machen? Pedal klemmt wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Oh, ich höre mich. Hallo? Bleib, bleib mit dem Fuß da drauf. Okay. Ich habe dich gerade gehört. Das heißt, du hast den Fuß nicht mehr drauf gehabt. Oh, Stiebel. Äh, warte, warte. Hallo, Leute. Es ist schön, mit euch zu reden. Wie geht's euch so? Ich bin der Pinky. Hallo, Leute. Nichts sagen, Steven. Nichts sagen, Steven. Okay, aber hallo darf ich sagen. Genau das war der Fehler. Na, noch geht's. Hm? Hm? Du hast einen zu spüren Fuß. Das kann auch sein. Guti, wir wünschen euch ein wahnsinniges Wochenende. Egal, wann das Video kommt. Vielleicht kommt es erst Montag, vielleicht nicht. Mal gucken. Vielleicht schneide ich es wieder im Hotel. Yay, ich bin bald wieder im Hotel. Yay, ich bin oft im Hotel. Hotels sind toll. Wenn sie keine Bettwanzen haben. Uhuh. Ja, uhuh, Bettwanzen. Uhuh. Ja, zumindest mal nie alleine. Also nie alleine ist auch nicht schlecht. Hat er Bettwanzen? Ich wollte es irgendwie nicht so schlecht klingen lassen. Uhuh. Uhuh. Achso, ja. Noch was. Ich habe ja ein Video gemacht zu dem besten Handyspiel der Welt. Vielleicht habe ich es nicht auf die beste Art gemacht, die man machen kann. Also ich will das Video auch nochmal direkt aufnehmen und capturen via Bild. Also damit man es wirklich direkt sieht mit Soundeffekten. Das kriege ich. Das ist das, was ich heute machen will. Und währenddessen habe ich entdeckt, dass dieses Spiel Chorus, oder ja, Chorus, schon draußen ist. Das gibt es für Stadia. Ich habe es mir auch direkt für Stadia gekauft. Gibt es für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox One X, hoch skalierbar, keine Ahnung. Also ihr könnt die Version von der Xbox One X, warte, warte, ich habe es gleich. Ihr könnt die Version von der Xbox One X auch in die Series X reinmachen. Oh. Hey. Das ist also, jedenfalls, also auf der Version geht es auch für die Switch leider nicht und für den PC. Ich habe es mir für die Stadia gekauft, weil da habe ich 4K Grafik, HDR und meine Playstation 4 rafft das ja nicht. Und eine Playstation 5 habe ich nicht. Will ich mir auch nicht kaufen, weil es gibt kein Spiel dafür, wo es sich lohnt. Deswegen habe ich mir das Spiel direkt dafür geholt. Also es ist tatsächlich ein großes Weltraumabenteuer. Also da freue ich mich richtig drauf. Von den Machern von Galaxy on Fire 2. Oh. Yay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Entwickler bei dem Spiel dabei waren. Aber tatsächlich ist es ein Solo-Abenteuerspiel im Weltraum. Finde ich gut. Ungefähr, also da steht drin, 15 bis 30 Stunden. Also bei mir sind es 30 dann. Aber ich freue mich schon richtig drauf. Das wird ein richtiges Abenteuer. Yay. Vielleicht nehme ich euch mit. Oh. Ich habe gerade gedacht, dass ich nicht aufnehme. Uh. Okay. Jetzt ist mein Herrschlag erstmal volle Pulle Dull. Ist es... Deine auch? Warte. Nein. Du bist die Ruhe selbst. Ja. Ich habe ein stoffmäßiges, ruhiges, schliegendes Herz. Ich wollte was Cooles sagen. Ist mir nicht eingefallen. Blöde Sache. Blöde Sache. Blöde Sache. Okay. Guti. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Haben wir vorhin auch schon gesagt. Bleibt immer happy. Macht lustige Sachen. Der Autofokus ist komplett weg. Das sieht jetzt aus, als hätte ich in die Kamera reingehaucht. Hä? Ist wieder scharf? Ne. Eigentlich ist es schlimmer als vorher. Geh mal in die Mitte. Hm. Beweg dich mal. Ja. Ich glaube es ist besser. Okay. Dann solange Pity noch scharf ist, nicht bewegen, wünschen wir euch einen wahnsinnig schönen Tag. Einen wahnsinnig schönen Tag wünsche ich euch auch. Hast du schön gesagt. Oh. Test, test, test. Oh. Ich habe wieder Ton. Ja. Ich habe einen schönen Tag. Wünsche euch eben auch. Okay. Ciao, ciao. Macht's gut. Bleibt immer happy. Bleibt immer happy. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020